hallo und herzlich willkommen zum neuen video training von h breuer trading mein name ist holger breuer und ich darf ihnen heute die acht teuersten fehler beim backtesting präsentieren jeder kennt das wir testen eine strategie und wir merken dass diese strategie im live trading dann auf einmal nicht mehr funktioniert wo dran kann das liegen es gibt im backtesting sehr viele fehlerquellen und ich möchte ihnen ganz gerne einige hier heute präsentieren in diesem video training auf die ich selbst schon gestoßen bin über die ich selbst schon gestolpert bin und die mich auch sehr sehr viel geld gekostet haben es können programmierfehler auftreten und es können ja auch systeme im internet veröffentlicht werden die eine tolle equity kurve aufweisen und warum das so ist zeige ich ihnen jetzt in diesem video training ich wünsche viel spaß dabei und freue mich über feedback kritik und anmerkungen sind gerne gesehen schreiben sie mir gerne eine e mail und jetzt viel spaß beim video training die acht teuersten fehler beim backtesting